Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Heute ist eigentlich eine Geburtstag von Max und jetzt hat es hier gerade an der Tür geklängelt. Wollt ihr mal runter kommen und gucken wer da ist? Und wer ist da? Hallihallo! Und schon sind die Kameras überall an. Hereinspaziert! Hereinspaziert, hereinspaziert. So und ich will einmal hier bei Lulu sagen. Na, wie geht's? Lange her, dass wir uns gesehen haben. Und bei dir muss jetzt glaube ich ein bisschen größer werden. Jetzt muss ich wieder hoch, ich kann nicht so lange in den Knie sein. Hast du auch hallo gesagt? Ja. Alles schöne Lady? Ja. Hier große Geschenkübergabe hier. Ich glaube ihr habt auch ein Video dazu gemacht, wie ihr Geschenke eingekauft habt. Habt ihr ein Video gemacht, wie ihr Geschenke eingekauft habt? Das haben wir noch nicht gesehen. Nee, noch nicht. Das haben wir gesehen. Genau. So, dann muss ich hier auch nochmal kurz hallo sagen. Hallo! Hi! Und hier auch nochmal. Moin Moin! Ist die Kamera an? Ja sicher. Sieht man gar nicht. Ja warte, warte, warte. Hier. Einmal umgrennt sich das so. Man muss doch sehen, was man macht. Guckt euch die Kamerafrau an hier. Willst du sie einmal zeigen? Willst du sie auch mal zeigen? Kannst du die Kamera mal sehen? Und jetzt werden erstmal die Geschenke von Lulu ausgepackt. Max, ein paar hattest du ja schon von uns. Ein paar tatsächlich schon. Und dann los geht's. Los geht's. Bin gespannt, was hier drin ist. Die ist für mich die Schokolade, oder? Nein. Nein. Für alle. Achso, okay. Für alle. Das Video gibt es dann nachher auf drei Kanälen zu sehen. Einmal bei Lulu und Leon. Hier wird gerade aufgenommen. Und einmal bei Echt so. Das übernimmt Chrissi denn hier. Und ich nehme natürlich auch noch auf. Uh, Deo. Cool. Der stinkt auch sonst immer so, ne? Ja, genau. Ja. Okay, einmal Adidas-Deo. Echt? Cool, ey. Hast du das gemacht? Ja. Hast du gut gemacht? Schauen wir mal an, was da drin ist. Ein Liebesbrief. Chrissi, du kannst einpacken jetzt. Ah, was gemaltet. Also, hier sind ein paar Herzen. Ein Stern. Ein Stern? Cool. Das hier. Auch? Eine Sonne, oder? Ein Berg. Ein Berg. Hast du gut gemacht, Hugo. Sieht gut aus. Udo ist die Nervöseste, glaube ich. Ja? Nein, bestimmt nicht. Dankeschön. Hört ihn an hier. Es wird demnächst über sein Bett hängen. Ja, genau. Wow. Das ist echt cool geworden hier. Aber dann fange ich da rein. Kann auch so, dass das jetzt was schönes war. Wie das geht? Kannst du gerne machen. Falls es nämlich hier ist. Geht ganz leicht. Leicht ist das, okay. Warte, wenn jetzt da eben Deo drin war, dann ist das, glaube ich, das hier nicht so weit von entfernt. Fühlt sich jedenfalls schon so an. Kannst endlich wieder mal duschen gehen. Ach, endlich. Ich dusche ja nicht so oft. Ne, okay. Ähm. Nein, ich müsste es doch mal daran richten, ne? Ne, willst du nicht? Okay. Ich richte auch nicht dran. Du bist so wach heute. Wie fünf Staubbordern. Alles von Lulu, also alles von Lulu. Dankeschön. Warte mal, cool. Erstmal hier die Schokolade ab. Warte mal, möchtest du die? Ja. Hexlash Zucker als Gift. Ja stimmt, du, die frag ich mal gar nicht hier. Also, warum was denn hier drin ist? Du, brauche ich nicht. Smartphone-Bildschirmreiniger. Hab ich den noch nicht gesehen, aber kann ich nicht verbrauchen. Weiß man das für mal irgendwie dreckig sein sollte. Danke. Kann ich mir auch mal ausleihen, weil mein Bildschirm sieht auch schon irgendwie ganz merkwürdig aus. Sein Bildschirm aus? Das ist ja immer ein Handy. Das konnte man in irgendeinem Video bei mir sehen. Da ist ganz schön Staub drauf. Ja, war ordentlich. Nicht hier unten raus. Tschüss. Okay, würde ich sagen, komm jetzt hier zum größten Geschenk. Da ist ein Ball drin. Nein. Eine Kokosnuss. Das hat sie zumindest beim Geschenkekochen gesagt. Ne, das hat sie wirklich genommen. Hab halt er das gesagt. Hast du das Video gesehen? Ich hab's mir auch nicht angeschaut. Wer auch blöd wenn. Also fang ich mal hier mit an. Von Luisa. Dankeschön. Thomas, Leon, Katharina. Danke. Hast du was gemalt? Mhm. Cool. Sie wird auch eingerannt. Genau so wie es jetzt hier ist. Also schau ich mal auf. Ach, hier ist auch noch was. Dann nehme ich das nochmal ab. Das ist das Gleiche. Gleiche? Ist das Gleiche gemalt oder was anderes gemalt? Äh, anderes. Was anderes. Jetzt schau ich mal an was. Der sieht ja witzig aus. Der Swiley. Ach, das ist auch wieder so eine Tasche. Die magst du wohl. Sie war fleißig. Das merk ich auch schon. Davon hab ich ganz, da ist die Tasche voll. Ja, die Tasche voll. Ah. Und? Für Max von Luisa. Unser Haus. Wie cool. Du bist ja auch noch etwa so klein, ne? Ja. Hat auch so viele Fenster. Und auch so hoch. Hast du gut gemacht. Schmal, ne? Sieht gut aus. Dann schau ich jetzt mal was in dem Geschenk drin ist eigentlich. Ja. Ich hätte vermutlich so ein Baseball oder sowas. Ne. Ja. Von der Form her jedenfalls. Ich war nicht. Mach's doch einfach mal. Ich mach's einfach auf. Okay. Dann schauen wir mal was drin ist. Also wenn Ash sagt... Das ist so Rugby oder wie heißt das? Ich glaube jetzt geht's nochmal auf. Hey. Also das musst du ja auch gleich mal spielen, ne? Ich verstehe gar nicht, wie man damit irgendwas macht. Die rollen doch gar nicht die Dinger. Das geht. Das geht. Du sollst auch fahren. Cool. Habe ich echt noch nicht. Danke schön. Schau mal, wir haben die Wolfie nach dem Essen. Das rät Lolo. Und nach dem Geschenke auspacken geht's jetzt hier direkt auf die Terrasse. Wo schon alle... Hier ist schon der Daumen hoch fürs Essen. Wo dann alle am Tisch sitzen und es gibt heute hier... Was gibt's denn hier? Mutti. Schnucki. Es gibt Spaghetti. Gucken wir mal hier auf den Film... Gucken wir mal hier auf den Tisch. Es gibt... Für die Kinder gibt's Spaghetti Bolognese und Spargel. Und das riecht gut. Ja, ne? Hoffentlich kommen die Wespen nicht auch, weil die auch finden, dass das gut riecht. Und für uns gibt's das denn hier. Die Kartoffeln... Und Schinken... Und Spargel... Und natürlich die Sauce Solandaise. Und jetzt sind wir alle da. Und dann würde ich nur noch mal sagen, guten Appetit, Leute. Guten Appetit. Danke. Und das ist übrig geblieben. Und alle sind weg. Wo sind die denn? So, und ich bin jetzt doch nicht allein. Hier, Thomas ist auch noch da. Können ja den Adi hier nicht alleine sitzen lassen, ne? Ja. Und die Frauen sind in der Küche. Die machen da grad sauber. Da gehen wir ganz kurz mal hingucken. So wird also hier abgewaschen. Hier wird eben mal ein bisschen geschnackt, ne? Halte ich nicht an, das erwartet von dir. Hier gibt's auch gleich den nächsten Gang. Aber guck mal, es geht doch was dazu. Und noch mehr. Der andere Gang ist erst eine halbe Stunde. Ja genau, macht ja nichts. Und hier ist noch mal was. Hier geht's dran an den Zucker. Und jetzt gehen wir mal schnell gucken, was die Kinder machen hier, ne? Hier wird gespielt. Genial. So sah das ja hier schon lange nicht mehr aus. Macht Spaß? Ja. Guck mal hier. Die Playmobil-Fraktion. Wir halten die noch mal. Das ist hier Königin Nofretete. Nicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das hier ist eine Mumie. Ja und die bewachen das. Bewachen das. Und das hier ist irgendein Krieg oder so glaube ich. Das ist hier... Warte mal. Das ist Tutansch am Mond. Der Pharao von Ägypten. Aus... So und ich wollte jetzt kurz mal fragen, Kinder. Wollt ihr irgendwie ein paar Muffins essen? Du? Muffin? Du? Muffin? Du? Muffin? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Also wenn ihr wollt. Unten gibt's Kuchen. Könnt ihr runterkommen. Mechs, 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 Mechs ist oben. Da ist ein Playmoman drin. Und Thomas vorsichtig auf der Leiter. Wer die Leiter nicht kennt, lebt gefährlich hier. Auf der Hühnerleiter, die zum Mechs Zimmer führt. So und das war jetzt hier der Besuch von... Normal. Normal. Tschüss. Und... Hier gibt's erstmal noch ein paar Brötchen für unterwegs. Weil die noch weiter wollen nach Dänemark. Lulu und Leon, Family entfahren und die wollen jetzt nach Dänemark weiter. Freust du dich schon auf die Fahrt? Boah, ich bin so voll jetzt mittlerweile, weil man hätte ja selbst in einem Königshaus nicht besser speisen können. Die Hochzeit heute von Harry und Meghan, die haben glaube ich nicht besser gegessen als wir hier. Danke, danke, danke. Ja, aber wir freuen uns auch auf Dänemark. Okay, aber dann müssen sie, wie gesagt, noch drei... Hatte ich das schon gesagt, drei Stunden müssen sie dann noch hinfahren. Es ist nicht mal eben nebenan. Nein. Habt ihr schon Kron? Hab ich schon. Ja, oh Mensch, so bist du drauf, ne? Alles. Alles schon erledigt. Das heißt, heute fahren wir nur noch hin und dann ist vorbei. Dann machen wir nichts. Okay. Wir fahren jetzt die Runde weiter. Ja. Danke. Wir fahren nach Dänemark, da seht ihr. Das war auf jeden Fall jetzt unser Besuch bei Mechs und TipTapTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss, Lulu und Leon. Bye, bye. Tschüss. 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 Und da gehen sie jetzt. Tschüss. Wart vorsichtig. Ich hab die Rechnung vergessen. Ja, okay. Die Rechnung für das ganze Essen. Lulu, wir müssen sich als Pfand hier lassen. Ja. Die ganzen hier? Guck mal. Guck mal, das macht ihr. Kommt sogar hierher. Tschüss. 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 So, jetzt sind sie weg. Lulu und Leon waren hier. Und war toll, ne? War super, ja. Ganz liebe Grüße an euch. Genau, liebe Grüße hier von uns. Und das war's dann auch hier mit unserem Video. Wo sind die Kinder? Kinder, schreibt mal kurz Tschüss. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.